Dieser Mann hat schon seitdem er in den College-Stations gegangen ist, also ich glaube, er ist nur selbst. Kann College-Football nehmen drei Jahre von Johnny-Football? Sag was, was du willst, über Johnny Manziel. Wenn du einen Spieler im College-Football sehen kannst, kannst du ihn sehen. Mir sprachen Agenten an, die wussten, wenn ich ansatzweise so viel Erfolg habe wie im Vorjahr, mache ich Millionen von Dollar und werde als erster Quarter weg im Draft gewählt. Die größte Frage, die mit dem former Heisen-Trophäer gewinnen ist, ist, ob er zu den Pro-Football gehen soll, während sein Draft-Stock so stark ist. Ich habe mich vor vielen Workouts gedrückt und fand, ich müsste nicht machen, was alle anderen machen. In Curvo wurde mir eingetrichtert, zieh dich genauso an und mach dieselben Sachen wie der Typ neben dir. Das alles war nach sechs Monaten komplett vergessen. Ich habe das Gefühl, Johnny Manziel ist ein bisschen frustriert. Ich denke, all die Erwartungen, die Party, die NCAA-Trophäe, all die A&M, all die Pressure und ich habe ihn geändert. Da ist ein Reaktion auf der Seite von A&M´s Leader, Johnny Manziel. Der Sache, der macht ihn wie er, ist seine Passion und Emotionen. Es ist unser Herausforderung, zu versuchen, diese Energie positiv zu halten. Johnny Manziel einfach nicht zu helfen. Du schaust die Linie in der Sand, er steckt nach dem Weg. Du schaust die Linie in der Sand, er steckt nach dem Weg. Let's remember this. This problem did not happen last year. Last week was one of his most disappointing games since he's been in Texas A&M.